Immer wieder gibt es Zinssenkungen und das wird von manchen gedeutet, dass jetzt eine Erholung des Immobilienmarkts kommt. So richtig spürbar ist sie noch nicht und die nachhaltigen Änderungen sind bisher noch ausgeblieben, wie Preissenkungen und Einkommenserhöhungen und das Wegfallen dieser KIM-Verordnung mit der 40% Schuldendienstquote. Dennoch, es geht wieder was am Immobilienmarkt. Die Leute sparen aber immer noch und wer das ganz besonders merkt, sind natürlich auch Immobilienmakler. Immer wieder wird versucht, die Maklerprovision zu mindern oder gar keine Maklerprovision zu bezahlen. Was sind eigentlich die Voraussetzungen, um eine Maklerprovision verrechnen zu können? Diesem Thema gehe ich in meinem neuen Video nach. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger, ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert. Ich helfe auch Immobilienmaklern, vielleicht wie dir, beim Einbringlichmachen ihrer Honorarforderung, ihrer Provision und bei der Abwehr von ungerechtfertigten Provisionsminderungsansprüchen. Wenn du dazu Fragen hast, schick mir gerne direkt deine Anfrage. Was sind eigentlich die Voraussetzungen, um Maklerprovision verrechnen zu können? Als erstes brauchen wir einen Maklervertrag. Das ist normalerweise ein Vermittlungsauftrag. Pass also ganz genau auf, bevor du in die Vermarktung gehst, musst du diesen Maklervertrag schon haben. Ansonsten fehlt dir ein zentrales Element für die Verrechnung der Provision. Als nächstes brauchst du eine Verdienstlichkeit. Das heißt, du musst irgendetwas tun, um das Geschäft zustande zu bringen, um vermittelnd tätig zu werden. Eine Verdienstlichkeit bedeutet, dass du zumindest kein Hindernis bist für den Vertragsabschluss, also irgendwelche förderlichen Tätigkeiten unternimmst, zum Beispiel ein Exposé erstellst, ein Inserat erstellst, Besichtigungen ermöglichst. Du brauchst einen Vermittlungserfolg. Das bedeutet, das Geschäft, das vermittelt werden soll, oder ein wirtschaftlich zweckgleiches Geschäft, muss auch tatsächlich zustande kommen. Du suchst einen Käufer für eine Immobilie, der kauft die Immobilie, dann ist der Vermittlungserfolg gegeben. Das Gleiche gilt auch dann, wenn die Frau des Käufers die Immobilie kauft, dann hast du ein wirtschaftlich zweckgleiches Geschäft. Und zwischen deiner Makler-Tätigkeit und dem Abschluss des Geschäftes braucht es einen adäquaten Zusammenhang. Das heißt, es muss die Folge deiner Tätigkeit sein, dass das Geschäft abgeschlossen wird. Wenn es durch Zufall anders abgeschlossen wird oder weil ein Vorkaufsrecht ausgeübt wird, dann hat das mit dir nichts zu tun. Und dann fehlt dir ein wesentliches Element für die Makler-Provision und du kannst nichts verlangen. Wenn aber diese vier Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich ein Maklervertrag, Verdienstlichkeit, ein Vermittlungserfolg und ein adäquater Zusammenhang zwischen deiner Tätigkeit und dem Abschluss des Geschäftes, dann kannst du die Provision verlangen. Provisionsminderungsansprüche können dann geltend gemacht werden, wenn du einen Fehler gemacht hast und daher deine Verdienstlichkeit gemindert ist. Du hast zum Beispiel einen Anleger nicht darauf hingewiesen, dass die Immobilie im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes liegt. Das kann eine Provisionsminderung rechtfertigen. Viele andere Fehler können passieren im Zuge der Abwicklung und im Zuge natürlich auch der Vermittlung des Maklergeschäftes. Da musst du eben auf vieles aufpassen. Vieles kannst du schon verhindern, wenn du dir meine Videos ansiehst, da sind ganz viele Praxisprobleme schon behandelt. Wenn du weitere Fragen zum Maklerrecht hast, dann schick mir bitte direkt eine Nachricht oder kommentiere dieses Video, welches Thema dich genau interessiert, dann behandle ich das natürlich ganz besonders gerne. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, abonniere meinen YouTube-Kanal, klick auf die kleine Glocke und du wirst verständigt, wenn neue Videos kommen. So verpasst du keine Updates zum Immobilienrecht und ganz besonders auch nicht zum Maklerrecht. Bis zum nächsten Mal, dein Dan.